hi freunde und herzlich willkommen hier war achi gaming flo wieder am start heute gibt es weiteres quad building challenge die team of the week sbc ist endlich am start wir haben sich alle erwartet sie war schon in code quasi genauso wie die food party back sbc oder food freeze party back sbc in den codes drinnen und die ist heute rausgekommen darum wollen wir uns heute kümmern ich hoffe wir kriegen heute mindestens fünf sets zusammen ihr seht schon am sammler ihr seht im titel bevor wir rein starten in das video können gerne das video support und zwar mit fetten daumen nach oben dreien likes gewirr bfc raus lassen sie so schnell wie möglich voll machen jungs zeigt support zum ende des jahres ist unter anderem auch wir haben fast die 40.000 abonnenten voll jungs lasst uns das dieses jahr auf jeden fall noch knacken die 40.000 abonnenten wäre auf jeden fall mega nice also falls ihr eure daily dosis an fifa 21 konnte nicht mehr verpassen wollt dann gerne die glocke einmal aktiv da lassen support zeigen teilt das video mit euren freunden mit wem auch immer und da würde ich sagen ja haut in die tasten schreibt mir runter rein in die kommentare wenn ihr die sbc gemacht habt was habt ihr drin gezogen ja was habt ihr gezogen hat ihr pack lag ja oder nein heute mittag findet oben rechts auf dem ist auch schon ein video online gegangen und haben wir zehn mal mit der archie gaming army zusammen ich bin gerade auch live bei twitch gemeinsam die party back sbc packs geöffnet zehn sind da zusammen gekommen gestern abend haben wir schon zwei stück gemacht also insgesamt zwölf findet ihr auf unserem channel und jetzt geht es weiter mit fünf team auch die spcs das heißt wir gehen gleich rein in die spc in das spc segment hier ist nichts neues raus gekommen nein also das nichts neues das heißt wir gehen direkt straight rein und zwar in die squad building challenges also gucken wir mal rein wir haben unter anderem auch eine neue puzzle spc ich bin übrigens gerade live bei twitch twitch.tv schräg durch archie gaming falls uns da sehen wollt tag ab 18.30 sind wir da live und hier haben wir einmal eine food freeze challenge mit dem gold spieler pack untrade will zwei tage sie vorbleibend vielleicht gucken wir uns die tatsächlich gleich mal an und dann haben wir hier die team of the week upgrade sbc sie ist wiederholbar für vier tage insgesamt verbleibend da ist es hole dir einen unteraussparen unteraussparen team of the week spieler team of the week 1 bis 12 oder aktuelles team of the week heißt ihr könnt natürlich das pack jetzt abschließen innerhalb dieser vier tage und zum beispiel nächstes team of the week oder in fünf team of the weeks das pack öffnen ist komplett egal und dann habt ihr auch die möglichkeit aus dem aktuellen team of the week je nachdem wann ihr das halt wie gesagt öffnet theoretisch dann auch einen daraus zu ziehen aber auf jeden fall immer team of the week 1 bis 12 das steht auf jeden fall fest und dann wie gesagt aus dem aktuellen team of the week ja und die frage stellt sich natürlich was müssen wir abgeben und zwar ein 83 graded squad wir kennen das ganze schon ich habe eben mal nachgeschaut die letzte team of the week upgrade sbc ja da hatten wir auch ein 83 graded squad aber 50 teams schmie am start jetzt sind es 30 teams schmie und alle die natürlich jetzt quasi 83 bis zum geht nicht mehr im verein haben die können natürlich jetzt hier auscashen und ordentlich profit machen ich hoffe ihr seid eine davon ja und ich würde sagen wir werden jetzt hier den ersten squad ready machen 83 graded squad heißt insgesamt 9 83 und 2 82 für die die es noch nicht wussten und ich würde sagen wir gehen erstmal los mit den an ganzen antrates die wir da am start haben und gucken einfach mal also ödegard beispielsweise djeko rafa juri mandandar tadic jungs castils auch an trade für mich torwart 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 perisic der erste 82er theoretisch blind habe ich aber auch der transfer ist den kann ich auf jeden fall abgeben ja peres wie gesagt gehen wir noch gerne ab und dann noch einen weiteren 83er wen wollen wir wählen jungs nehmen wir einfach mal fernando und dann haben wir das ganze schon beisammen gucken jetzt dass wir noch die team schmie zusammen bekommen ihr seht ein paar spanier verstecken sich da 29 sind es jetzt zack in verteidigen in verteidiger position ja und so ist das ganze dabei 38 team schmie so können wir noch mehr rausholen jungs plus 24 so perfekt also jungs besser geht sich 50 team schmie so kann das ganze sogar eins zu eins nachbauen also falls eine günstige lösung braucht castils einmal abgeben tadic blind man dann da juli bericci dann haben wir rafa fernando ödegard lopez djeko pelisic und das war's jungs also das auf jeden fall der squad 983er 282er ist die formel für ein 83er gewinnigten squad wir geben untradable spieler ab für ein untradable team of the week spieler und wir gucken mal was wir drin haben team of the week upgrade spc abgeschlossen so muss das ganze laufen jungs vielleicht auch schon preis von der spc da ich kann es euch gar nicht so genau sagen wir gucken mal gerade rein ja also 15.000 münzen sie ist sehr sehr nach unten da also sie hat sehr sehr schlechte abstimmung hier bei futbin 85 prozent sagen daumen runter warum weiß ich gar nicht warum die ist so schlecht bewertet hier ist bei futbin aber 15.000 münzen oder wie ich jetzt quasi eben einfach mit komplett untraded spielern gehen und ich würde sagen die futt free challenge nehmen wir auch noch mit gold spieler pack untradable zwei tage ist die verbleibend an diesem heutigen sonntag und da haben wir vereine maximal vier spieler aus einem verein maximal fünf seltene spieler mindestens zwei teams erfährung mindestens 75 und team spielen mindestens 80 anzahl spiel im team sind elf da sollen wir die abschließen jungs ich weiß gar nicht so genau so wie sie abschließen soll mitnehmen oder nicht vereine maximal vier da muss man natürlich echt darauf aufpassen spieler aus einem verein maximal fünf das ist natürlich dann im endeffekt mehr oder weniger gelten selbsterklärend seltene spieler mindestens zwei 75er gradient squad team spielen mindestens 80 aber wir können es mal versuchen wir können es mal versuchen und ich würde sagen ich bin einfach gleich zurück mit gerade in der squad bilden und bin gleich wieder da so freunde und das ist kurz beisammen primär jetzt hier in die la liga gegangen mit bett ist unter anderem und sonst den bronzenspielern wir gehen kurz durch ihr seht die namen und dann gehen wir direkt rein in die sets mal gucken wie viel selbst wir zusammen bekommen vielleicht sogar mehr als fünf das wäre auf jeden fall sehr sehr nice und wie gesagt wir machen jetzt noch die beiden packs auf das erste team of the week pack jungs come on jungs daumen drücken daumen drücken das wäre auf jeden fall nice so gold spieler pack und dann das team of the week pack bitte hau was gutes raus was haben wir im ersten kein walkout das heißt jetzt können wir schon mal skippen wie geht es weiter immerhin alle spieler das ist das nice an dem pack reines spielerset und jetzt team of the week spieler komm schon jungs bitte ey hau was raus oh mein gott und ich bei der walkout keine ahnung wer es ist keine ahnung 81 immer ein bisschen rating aber gut rein in den verein und rein in die nächsten sets let's go so freunde weiter geht es mit sets und zwar mit direkt drei weitere sets hier auf dem account von steine werfer danke dir für die sets und ich hoffe ihr supportet das ganze dass wir direkt hier ein paar packs zusammen bekommen wir fangen an was in ihnen verteidiger ich habe es nichts gesehen doch jetzt sieht man es ein bisschen also jimmy st auch nicht viel wirklich ein bisschen besser ähm im set nummer zwei also bisher zwei 81er wir gucken einfach mal ob die halt spc eher top oder flop ist denkt dran jungs die ganzen leute streamen das selber dann auch nochmal also es liegt in mir an der connection und wir gehen rein in set nummer drei so freunde weiter geht es pack nummer drei und pack nummer vier für das video wieder kein walkout wieder kein walkout es wird von geng ein ukrainer und zwar namens wieder ein 81er jachim schug wissen wir bescheid also das in set nummer drei mal gucken was set nummer vier zu bieten hat so und da ist es set nummer vier let's go komm schon ey bitte erster walkout nein immer noch nicht jungs was ist los mit der spc polen wird's stürmer eieieiei oh mein gott vierte 81er kann die kann die spc nur 81er oder was ist da los das ist die garantierte 81er team auf der week spc so ein ding ist das so ein ding ist das jungs so freunde set nummer fünf ist am start da ist der erste walkout in set nummer fünf wen haben wir komm schon holland stürmer ach es wird wk 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 ist es denn ernst 84er oh mein gott ey ich hab schon gedacht es wird irgendwas heftigeres aber es wird wk 84er immerhin der erste walkout am start mal gucken wie es weitergeht let's go so freunders set nummer sechs kommt um die ecke von tobi und wir haben ach kein walkout EA okay frankreich immerhin rechtsverteidiger ja 82er guala ich meine kein 81er wie wir vorhin die ganze Zeit hatten aber geht natürlich besser spc futter schlechthin und damit rein in insgesamt set nummer sieben so freunde weiter geht es set nummer sieben und set nummer acht hier bei pascal oh mein gott wieder kein walkout jungs jetzt wann gönnt die spc denn ich hoffe ich hoffe trotzdem dass euch das video gefällt jungs dass ihr das video supportet 79er melia wird jetzt hier ei 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 guck mal weiter set nummer acht insgesamt für dieses video wird hoffentlich der zweite walkout abfahrt komm schon EA es wird der zweite walkout mit ansage england stürmer stürmer oh ist das gut mit dem tempo kann man ein bisschen was anfangen aber wir wollen doch einen höher gerateten walkout sehen als den 84er jungs aber besser als ein 81er oder 79er Watkins ein bisschen ja der ist sogar noch ein bisschen was teuer mit seinem 90 tempo kommt er um die ecke 50k ja schmeckt würde ich sagen jetzt schon mal ordentlich für zwei packs und damit rein in set nummer neun und set nummer zehn abfahrt so freunde weiter geht's set nummer acht und set nummer zehn und wahrscheinlich werden wir hier noch ein paar bonus packs öffnen gibt ein bisschen mehr als zehn packs für euch also oh wo ist turktai das wissen wir von gestern schon lost clear wird es auch diesmal wieder es ist ein jashi c den wir gestern sehr oft in der partybag spc gesehen haben muss man einfach mal ganz klar so sagen natürlich 84er geratet und jetzt last but not least und gleich noch die bonus packs aber hier auf jeden fall für steine werfer kein walkout schade 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 es wird frankreich torwart es wird bordeaux und damit wird es ein kost deal 82er und wir gehen noch rein in die bonus packs let's go so freunde nächsten zwei sets was haben wir am start wieder der walkout es wird langsam besser jungs bitte kein 84er oh oh mein gott es wird ein 85er ja kein 84er aber es wird ein kasteel ist einfach ein torwart einfach ein torwart 85er immerhin spc futter ist da und weiter geht es mit set nummer 12 insgesamt was haben wir am start come on not really 75er pull ja moin fast quartar wird er reingeschrieben ja aber auch nur ganz fast so freunde nächstes pack von hannet diesmal kein walkout leider also die spc scheint nicht so wirklich zu gönnen jungs jetzt wird sie linksverteidiger von es wird der floh ja passend jungs passend jungs es wird natürlich ein floh es musste natürlich kommen dass einmal der floh um die ecke kommt passend sozusagen leider discart er müsste eigentlich viel mehrwert sein ihr wisst bescheid und wir gehen rein ins nächste set let's go so freunde nächstes set steht an top oder flop das ist hier die frage kein walkout england wird's innenverteidiger und von everton wird's 1,82er key also auch hier wieder spc-footer am start und ich denke man sollte auf jeden Fall sein Glück versuchen zumindest mal ein pack machen nicht direkt 5 oder 10 stück oder so das ist natürlich too much aber auf jeden fall mal sein Glück versuchen und damit ist set nummer 15 let's go so freunde last but not least pack nummer 15 ich hoffe das video euch gefallen 15 sets direkt zusammengekriegt das echt auf jeden fall fertig gg geht da auf jeden fall raus an die archi gaming army falls ihr mal sets beisteuern wollt bock habt im video aufzutauchen kommt gerne rum wie gesagt live bei twitch und wir ziehen mal wieder das zweite mal hier in diesem video gym city oder wie auch immer ausgesprochen wird ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr hart zerstört sehr sehr gern den like button 300 likes wieder top in heute Jungs ihr habt die letzten videos richtig hart supported hört daran hört auf jeden fall nicht auf dieses jahr noch damit und ja wie gesagt gern einmal die glocke aktiv da lassen und wir sehen uns dann auch morgen wieder im video insofern reingehauen bis zum nächsten mal euer flo von archi gaming ciao Leute und ja bis zum nächsten mal